Mit dem Motorrad, mit dem Gelenkmotorrad ins Gelände. Wenn ich die Bullen kontrollieren wollte, können sie gerne machen. Dann müssen sie mich erst mal kriegen. Dann fahren wir ein bisschen über den Feldweg. Ist so. Da greife ich eh nicht. Da haben die im Geländewagen flüchten vor der Bullerei und fahren im Graben. Und schrotten das Ding auf Deutsch im Graben. Im Geländewagen im Graben schrotten. Das musste man auf der Zunge zergehen lassen. Fährt im Graben und schrotte die Kiste da. Noch blöder kann man nicht vor den Bullen abhauen. Das geht nicht. Das Ding der Unmöglichkeit. Direkt machen wir ihn bis zum Unfall. Wenn da ein Unfall ist. Gibt es hier sonst wo? Gibt es eine Abbiegerstraße? Umgibt es noch mal eine. Hilferbergerstraße gibt es noch ein paar. Nee. Das kostet Geld, das bin ich nett. Zu viel. Nee. Schenken durch ist der Firma nichts. Wir kommen noch. Woran man sich auch gewöhnen muss ist, wenn es heißt, du kommst Freitagabend heim. Du kommst Freitagabend heim oder Freitagmittag von deiner Tour, dann ist noch Feierabend. Nee, nee. Du kommst bei der Firma auf den Hof. Dann musst du erstmal den Lkw waschen. Das ist Pflicht bei manchen Lkw, also bei manchen Speditionen. Fuhunternehmen. Transportunternehmen. Da ist das Pflicht. Dann, bevor du nach Hause gehst, fährst du noch mit dem Lkw durch die Wachstraße. Ja. Wenn du nachher einen neuen Lkw hast, dann sowieso. 1,1 Kilometer. Ein bisschen Unfall. Ja, doch. Aber eh in der Ausfahrt noch. Davon hat's geklaut. Den Abschrittdienst seh ich schon. Die Polette. Ein anderes Auto in der Ausfahrtsamilie. Auch nicht schlecht. Was hat mir der da gefangen? Ist der in die Landbahn geklaut? Ja. Der ist zu schnell in die Ausfahrt und dann in die Landbahn gehen. Der ist zu schnell in die Ausfahrt und dann in die Landbahn gehen. Ist der Aude gedreht wahrscheinlich. Und er ist eingeschlafen. Tja. Ich glaube. Ich will nicht sagen. Mach ich mal nicht. Die wissen, das riesige Fertig machen wir. Und beim Lkw. Das ist einfach so. Was willst du denn jetzt schon, weil er von mir ist? So, den Aachen C. Blöde. Mein Gott, das ist ein scheiß Hammer. Was für ein scheiß Teil. Also dann, wenn ich nicht mehr bin, das ist nicht mehr, wenn man alles kauft. Ist mir egal. Ich bin nicht mehr, dass ich nicht mehr, weil ich nicht mehr. Das ist nicht immer so. Sollte Ich finde es gut, dass die Doki keckselt wurde. Ich bin erleichtert. 400m. Ich habe noch versucht zu überholen. Das schaffst du. Auch die Fahrer. Ich kann sehen, dass das BMW, was auch immer das ist. Das ist aber nicht nach dem Schosshofer. BMW. Wahrscheinlich. Hoppala. Hier. Stimmt ja genau. Hier kommt die Gang. Aussteigungsaufwand in 100m. Ja. Hasberge. Ja, die Hasberge sind jetzt zu unserem Rechten. Ja. Die sind nicht da. Ja, das ist nicht da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit uns können Sie rechnen, Steinbach-Spedition Anglopiste. Aus Barreuth und WD. Sie nehmen Barreuth, ja aus dem Barreuth. Wer schleicht denn da vorne wieder hoch, ey? Ebelsbach-Zalamein an. Sie nehmen Barreuth. Sie nehmen Barreuth. Sie nehmen Barreuth. Sie nehmen Barreuth. 石 Prost, 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 Prost. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, denn je wiko, weil ich hier umfühlen Irgendwie vermisst den EWK jetzt so als Ganzes. War schon eine schlechte Karin. Von der Technik her. So wünsche ich mir andere LKWs auch. Dass sie punktgenau die Geschwindigkeit halten. Redattermäßig. Genau so. Gewichtmäßig bergauf. Okay, da war ein bisschen abarschig. Aber, naja, ein bisschen altes Auto. Der Motor ist fertig. Kommt nichts ab. Ist einfach so. Der Motor ist fertig. Der Motor ist fertig. Der Motor ist fertig. Die Karre sauber machen, das dauert jetzt eh ein bisschen. Nee, nicht so lang. Aber eine Stunde ungefähr. Mal richtig schön mit dem Dampfstrahler über die Teppiche gehen. Also die Teppiche nach draußen. Nicht hier treten mit dem Dampfstrahler. Kommt noch. Aber es gibt auch solche Leute. Die gehen hier mit dem Dampfstrahler rein. Und die machen es auch. Das geht. Das war nicht gut, aber echt. So. 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 So.